Wir, auch die Materialisten unter uns, müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Mensch nicht nur einen Körper, sondern auch eine Seele besitzt. Hier in diesem Saal beschäftigen wir uns jedoch nur mit dem Körper. Hier gibt es keine Seele mehr. Hier in diesem Saal 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.